hallo wie mache ich die ressourcen frei für zu farben wenn du ein invest cancel und das kann man so machen dann kommen die hälfte von die ressourcen zurück hier oben und die sind dann nicht safe aber da musst du einen großen genug nehmen um das wenn du nach dein volk ist und man siehst du diese nummer hier das ist das ich hier ein capacity habe von 409 wenn ich jetzt ein invest mache von 800 800 metal metall da kommen 400 zurück aber mein volt ist 409 safe so meine 400 metall das ich zurückkriege ist niedriger wie die 409 und sind das safe und dann dann kann ich die dann auch nicht nehmen mit einem anderen account das beste und ich hoffe für den meisten ich habe mit diesem grund den letzten nicht gefinisht nicht beendet und dass die ganz viel ressourcen ich zeig mal dass die die jetzt habe ich die angefangen denkt mal daran dass ich hier keine und safe metall habe und wenn ich jetzt diese cancel da wollte man kannst du jetzt sehen dass ich dreieinhalb millionen metall habe für zu klang 409 sind safe und 3,5 millionen sind nicht safe und das kannst du dann wieder auf neu machen und auf neu machen und auf neu machen dann musst du die erst herausholen sonst nimmst du die man nehmt erst die unsafe ressourcen und dann nachher die safe ressourcen du musst oder du kannst kannst nur kannst nur kannst nur ähm jetzt dieser rausholen und dann kannst du das auf neu machen tschüss